Wir sind einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Mit unseren 11.000 Kilometer langen Hochspannungsleitungen transportieren wir Strom für 29 Millionen Menschen. Der Standort Pulheim-Brauweiler, unweit der Kölner City, ist ein wichtiger Baustein für die Energiewelt der Zukunft. Denn hier befindet sich unsere Hauptschaltleitung. Das Herzstück ist das innovative Netzleitsystem. Hier verarbeiten wir Informationen über die schwankenden Stromeinspeisungen durch Wind- und Solarenergie. So sorgen wir für die Stabilität des europäischen Stromnetzes. Der Standort bietet rund 400 Mitarbeitenden viele Vorteile. Von modernen Arbeitsplätzen und einem eigenen Eltern-Kind-Büro über eine hochwertig ausgestattete Konferenzzone bis hin zur Kantine mit eigenem Wintergarten und Sitzplätzen im Freien. Zudem gibt es einen Clubraum mit Grillplatz. Das Campusgelände hält kostenfreie Parkplätze bereit und lädt zum Austausch ein. Beispielsweise bei einem Spaziergang im Grünen oder bei einem gemeinsamen Café an einem der Meeting Points. Hier und an über 30 weiteren Standorten tragen mehr als 2000 Beschäftigte von Amprion jeden Tag dazu bei, dass die Lichter immer leuchten.